oh leute ich bin's wieder beim letzten mal haben wir ja diesen ganzen spaß hier erlebt mit dem kaputten haus und da unten stand doch irgendwas an der mauer auf jeden fall haben wir ja den ganzen quasi erlebt und jetzt dachte ich mir wie ich schon im letzten video gesagt habe gehen wir ja gehen dort hin du hast so ja wow meine hand kann das alphabet wie schön da gibt es eine treppe da gehen wir jetzt hoch eine tür wir gehen schnell weg schnell weg sag ich schnell weg schnell weg schnell weg und bei sehen was uns in diesem in diesem in diesem video erwartet und ja hier muss man wie bei meiner unterkunft auffassen dass man nicht runter fliegt und ja nie wieder hoch kann weil es zu hoch ist es ist so hoch so was von hoch das ist eine gigantische mauer ja ich hab's hoch geschafft was sagst du jetzt so gigantische mauer du du ne quatsch da kann man gut hoch aber ich glaube hier kann man nicht wieder gut hoch mal sehen wie hoch ist denn das ne hier kann man auf keinen fall wieder hoch vor allem die wand ist so ganz glatt hat nicht irgendwelche ritzen wo man sich da wo was war das wo man sich dazwischen da wo man halt hoch klettern kann wie hier da könnte man ja so drauf stehen so hoch klettern aber es geht ja nur bei wänden mit solchen ritzen und allem drum und dran und hier ist das zweite haus das jemals auf dieser welt erbaut wurde ne quatsch ich frage mich für was sie zwei steht lebten zwei personen in diesem haus oder ist dieses haus zwei häuser oder wir werden es wohl nie erfahren ja hier sind also blumentöpfe so hier ist ein gitter ein roschiges so ja roschig halt und da war gerade jemand deshalb habe ich tschau gesagt ja in italia macht man das hier so wie ihr vielleicht schon aus einem anderen video wisst oder wahrscheinlich aus einem anderen video ja hier da ist so ein tor und ja sieht man den vogel endlich sieht man mal einen vogel da waren so viele vögel und ich habe bisher keinen gefilmt 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 filmen können weil es ein schwarzer vogel im schwarzen licht war und schwarz in schwarz gibt schwarz genauso wie im letzten video weiß in weiß gibt weiß wird doch wahnsinnig hier noch irgendwas spannendes ich glaube nicht und ja hier ist haus nummer 12 wir haben zwölf leute gewohnt ne quatsch und ja gibt es hier noch was immer wieder runter neben den anderen weg der in die richtung und da ist wieder so ein loch so ein mini baby lini fensterchlein und ja mini 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 fensterchlein so kann man es nennen und ich glaube hier gibt es auch nicht mehr so viel spannendes es sind halt pflanzen an den häusern wow was geht da ab ich habe ich habe ihm nicht mehr so viel zu tun ich hoffe nicht haaah wieder ein loch dieses morf ist voller löcher in beenden das gibt es ja nicht da ist bestimmt jemand eingesperrt ist ne das ritter sieht man nicht ne wie sieht man das ritter so sieht man das ritter ein bisschen Und, ja, da ist bestimmt jemand eingesperrt, das war bestimmt Gefängnis damals, so. Bestimmt ist da jetzt ein Skelett drin. Ha! Wiedersehen. Wiedersehen, du gruseliges Tor mit 1,58. Das heißt, da wurden 58 Leute eingesperrt. Gehört das dazu? So, da? Keine Ahnung. Und, bla, das Video gibt schon 6, 6,5 Minuten, alter, alter Walter, gibt's ja nicht hier. Ui, wie schön, das kann man doch grad mal filmen. Das heilige Tannenzüpfchen, das hier, das heilige Tannenzüpfchen. Ui, hat jemand Wasser? Und, gibt's hier noch irgendwas Spannendes, was wir vielleicht filmen können? Das glaub ich. Doch, da, Mülltonnen. Die heiligen Mülltonnen von Grotole. Ui, oh, Katzi. Katzi, komm her, Katzi, Katzi, Katzi. Oh, Mann. Ich will doch die Katzi streicheln. Ich mag doch Katzen. Apropos Katzen. Habt ihr schon mein Nintendos und Cats Let's Play angeguckt? Müsst ihr unbedingt mal machen. Weil, ich rasche wegen diesem Hund aus. Aber, die Katze, die hab ich voll dolle lieb. Voll dolle wie die Wolle. Und, da, hier, hier könnte man hochklettern. Hier. Also, zumindest bis da so. Sollen wir's mal ausprobieren? Ne, machen wir nicht. Und, ja. Hä? Schon wieder ne zwei? Hä? Haben auch wieder zwei Personen drin gewohnt? Ne, Quatsch. Aber, wie kann es zwei, zwei, äh, zwei Häuser mit der Zahl 2 drauf geben? Seltsam. Holz. Das heilige Holz von Kotoli. Was ist das Rote? Ist da jemand eingespürt? Hallo? Schnell weg. Schnell weg, schnell weg. Nicht, dass uns jemand noch sieht. Wie wir einen Gefangenen befreien. Da, wieder rot. Ist da jemand in dieser Kante eingespürt? Na, klopfen. Äh. Ne. Schnell weg. Da ist jemand drin. Und, ja. 68, 66. Frau, da ist wieder das Haus mit der 2. Da. 2. Da ist die 4. Okay, und den ganzen Quatsch kennt ihr ja schon. Und dann würde ich sagen, das 10 Minuten Video muss reichen. Und dann verabschiede ich mich und, ja. Wiedersehen. Didi-di-di-di-di-di-di-di.